Hallo Leute, willkommen zu einem Video und zwar hat sich Kitty in dieses ganz ganz kleine Körbchen reingequetscht. Das ist eigentlich Silvers Platz, weil er auch als Einzelner da reinpasst. Aber Kitty hat es irgendwie geschafft, sich ganz passend rein zu quetschen. Kitty! Kitty klein! Hier liegt übrigens auch Tigerchen, ganz elegant mit ihren Pfoten. Sie sind zurzeit sehr nachdenklich. Daneben knuspert jetzt selber und wartet bis Kitty ihm seinen Platz wiedergibt. Kitty, ich meine selber hat Kitty schon gefragt, also ist hergekommen und hat an ihr geschnuppert, weil er sich fragt, warum sie denn ihren Platz legt. Aber Kitty hat ihn dann mit der Pfote geschlagen. Aber ganz leicht, dass Kitty will ihren Platz nicht wiedergeben. Deswegen muss selber jetzt wohl warten. Dann lass mir Kitty jetzt noch weiter schlafen und tschüss. Tschüss! 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 Tschüss!